Hallo liebe Fußballfreunde, 9. Spieltag VfB gegen Bayerisch, mein Tipp ist 6 zu 5 68 Mönchen gegen Aue, mein Tipp ist 2 zu 3 Waldhof Mannheim gegen Wiesbaden, mein Tipp ist 6 zu 4 Rot-Weiß Essen gegen SFG Saarbrücken Mein Tipp ist 3 zu 3 SV Meppen gegen Vikoria Kollen, mein Tipp ist 2 zu 4 Halle gegen Evensberg, mein Tipp ist 5 zu 2 Dynamo Dresden gegen Ingolstadt, mein Tipp ist 4 zu 5 Zwickau gegen Borussia Dortmund 2, 4 zu 3 Mein Tipp ist 1 zu 2 Freiburg 2 gegen Osterbruck, mein Tipp ist 1 zu 4 Ich kann gerne euch Kommentare reinschreiben Was ist euer Tipp von eurer Himmlingsmannschaft von 3. Bundesliga Tabellabalanz Tipp Rang 1 SV Verl Rang 2 VfL Osterbruck Rang 3 SV Waldhof Mannheim Rang 4 Rang 4 Erste FC Saarbrocken Rang 5 SC Freiburg 2 Rang 6 Hallesche FC Rang 7 VfB Oldenburg Rang 8 SV Meppen Rang 9 SV Evensberg Rang 10 1860 München Rang 11 Rang 11 FC Ingolstadt 04 Rang 12 SV Wehen Wiesbaden Rang 13 Bayerisch Rang 14 Brüsseler Dortmund 2 Rang 15 MSV Duisburg Rang 16 FSV Zwickau Rang 17 Fikoria Kollen Rang 18 Exberger Aue Rang 19 Dynamo Dresden Rang 20 Rot-Weiß Essen Wrestling Rang 19 Mar 19 Rang 25 Rang 50 Ar 29 Rang 25